Hier, willkommen zu einem kleinen Teil aus dem Guide. Das ist wieder eine Ad-Gruppe. Die sind ganz einfach aufgeteilt ABC, also Allianz technisch. Wir müssen dafür nur sorgen, bzw. alle müssen dafür sorgen, dass die Kristalle sterben. Wenn wir innerhalb der Zeit, wo sie das Nichts anrufen, nicht sterben, kommt ein Ad. Um diesen Ad zu vermeiden, ja, einfach killen. Sollte der Ad mal droppen, also was heißt droppen? Sollte der Ad mal erscheinen, der castet auch zwischendurch mal erhöhte Verwundbarkeit. Hier sehen wir jetzt vier Kristalle, da droppen garantiert welche. Die gnadenlosen Augen, links und rechts die Casten Steinen, also sie versteinern einen. Das kann man umgehen, indem man einfach nicht hinguckt. Die Augen casten unterschiedlich, das heißt die Casten nicht parallel. Kann also gut den Rücken kehren. Wie wir sehen, Casten fangen wir jetzt an. Das rechte Auge zuerst, dann das linke. Einfach weggucken, fertig. Und jetzt droppen gleich die Ads. Da sind sie. Und ein Drache-Drop noch dazu. Einfach, ja, kaputt machen. Am besten die Ads fokussen, aber nicht die Versteinern können, weil, wie gesagt, diese dummen Ads hier, die machen erhöhte Verwundbarkeit. Wir haben schon ein 3er Stack, weil 3 davon leben. Und das kann auch, wie man es gesehen hat, tödlich enden. Das muss aber nicht tödlich enden.